Damit die Wachteln sich wohl fühlen und ihre Federn putzen können, brauchen sie ein Sandbad. Dazu macht ihr einfach einen Bereich, in dem ihr Vogelsand reinfüllt und darin putzen sie sich dann. Das Problem ist, dass ja relativ viel Sand in der Gegend verteilt wird und ja eigentlich ungenutzt verloren geht. Und darum habe ich einfach einen Putzeimer genommen, ein großes Loch reingeschnitten, damit sie reingehen können. Wie man sehen kann, innen drin ist dann der Sand, in dem sie sich dann baden können. So putzen sie sich und der Sand prallt an der Wand ab und bleibt in dem Ding drin und so bleibt mehr Sand erhalten und geht nicht verloren. Bis zum nächsten Mal.